So, eine kurze Ankündigung zwischen den Folgen, denn ich brauche eure Meinung und zwar dann da auch relativ dringend, denn ihr müsst mir mal bei einer Entscheidung helfen, was denn nun eigentlich passieren soll bzw. wie euch das gesamte Let's Play überhaupt lieb ist. Ich habe nämlich jetzt in den letzten Folgen so herausgefunden, dass es dann doch teilweise lange Todphasen geben kann, möchte ich mal so sagen, wo man einfach irgendwelche Befehle kriegt, die einen dann dazu bringen, relativ lange im Kreis zu kacheln. Jetzt kommt die nächste Folge auch raus, da wird auch wieder was komplett anderes passieren, also etwas, wo man dann nicht unbedingt Versenkungen kriegt. So, also, ihr dürft in meinem Community-Bereich, dort ist nun eine Abstimmung offen und diese Abstimmung zeigt, was soll alles im Detail gezeigt werden bzw. was ist euch am liebsten. Soll ich hauptsächlich, also eins, soll ich hauptsächlich Kampfaufträge zeigen, Nebenmissionen werden dann abgekürzt, heißt, ich werde das in irgendeiner Weise das Wichtigste davon zusammenschneiden, wie ich das so in der groben Übersicht eigentlich immer mache am Anfang von allen Videos. Dann würde ich die Nebenmissionen quasi selbstständig spielen und ihr seht halt nur die Kampfaufträge oder bzw. wenn es wirklich dann jetzt mit Torpedos und Fliegerangriffen und was weiß ich hart zur Sache geht. Oder zwei, soll ich alles zeigen im Detail, das würde dann aber auch beinhalten, dass man einfach mal nur ein bisschen durch die Landschaft fährt und messen, peilen, was weiß ich, ich spiele das ja im Hardcore-Modus. Das heißt, es wird nichts auf der Karte angezeigt, es sei denn das, was ich selber sehe und ich spähe mit dem Fernglas. So, ja Nummer drei wäre, zeige alles außer Versorgung in Häfen. Ich würde die Hafenversorgung dann abkürzen, das heißt, ich werde Nebenmissionen im Detail zeigen, ich werde Kampfaufträge im Detail zeigen, aber ich werde Hafenversorgung abkürzen. Es sei denn, es werden irgendwelche Offiziere trainiert oder dergleichen. So, da würde ich dann, das Training der Offiziere würde ich dann ein bisschen zeigen, einen kurzen Überblick geben über das, was verändert oder gemacht wurde. Aber so im Detail würde ich da dann nicht drauf eingehen. Vielleicht wäre euch das lieber oder zum Möglichkeit vier wäre wie eins, ich zeige hauptsächlich Kampfaufträge, kürze Nebenmissionen ab und kürze Häfen ab. So, das wäre dann die vierte Option. Ihr entscheidet bitte, was ist euch da am liebsten, ihr benötigt, um diese Entscheidung treffen zu dürfen, einen, ja, aktiven YouTube-Account, mit dem ihr euch dann dort in den Community-Bereich meines Kanals begebt und, ja, dann zählt eure Stimme im Wesentlichen. Genau, weil ich würde die gesamte Playlist etwas besser auf euch zuschneiden, tatsächlich. Ich selber mag es, alles im Detail zu erleben und machen und tun, aber das muss ja nicht notwendigerweise für das Let's Play gelten. So, sowas kann man dann von mir aus mal auf den Discord-Dienstag verschieben, wo man dann irgendwie rumdiskutiert oder dergleichen. Dann würde ich das Let's Play etwas schneller oder flüssiger gestalten wollen. So, genau. So viel dazu. So, die nächste Folge müsste jetzt direkt im Anschluss folgen. Dankeschön.